Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Rezension. Ich bin Sanfinkoll. Heute habe ich für euch einen echt coolen Dreirad-Schooler von Faskoll und genau diesen schauen wir uns mal etwas genauer an. Die Lieferzeit betrug fünf Tage inklusive einem Wochenende. Der Roller kam sicher und gut verpackt bei mir an. Allerdings war die Versandverpackung diesmal kein Karton, sondern eine Luftpolsterfolie, die dann nochmal in einer schwarzen Folie umwickelt war. Hat man die Folie entfernt, kommt die eigentliche Verpackung zum Vorschein. Auch diese ist noch einmal in einer Folie eingeschweißt. Nachdem man auch diese Folie entfernt hat, kann man den Karton endlich öffnen und als erstes steigt eine Art Gummigeruch in die Nase, was aber auch relativ schnell verfliegt, sofern man das Fenster geöffnet hat. Der Roller wird zusammengeklappt und bereits fertig montiert geliefert. Nachdem man den Roller aus der Verpackung genommen hat, ist man positiv überrascht. Der erste Eindruck ist wirklich gut. Auffällig sind die mächtigen Vorderräder, aber auch das Hinterrad ist ziemlich dick. Die Vorderräder sind rund 5 cm dick und haben einen Durchmesser von ca. 13 cm. Das Hinterrad hat immer noch eine Dicke von 4 cm und einen Durchmesser von 8,5 cm. Neben dem Roller befindet sich auch noch ein kleiner Plastikbeutel in der Verpackung. Darin ist eine Kurzanleitung in Englisch und löblicherweise in Deutsch. Des Weiteren findet man darin auch noch ein Schraubenschlüssel sowie drei Imbusschlüssel. Laut Produktbeschreibung sollten auch noch Schrauben dabei sein, allerdings konnte ich diese nicht finden. Das Gestänge und der Rahmen besteht aus Aluminium, die Verkleidung aus Kunststoff und diese Räder sind aus einem harten Gummi. Die Bremsvorrichtung über dem Hinterrad ist mit einer kleiner Metallplatte versehen. Das verleiht ein wenig mehr Stabilität. Der Klappmechanismus ist etwas anders als bei einem zweirädrigen Roller. Bei einem Fascoil Scooter muss man eine Kunststoffmanschette zum Entriegeln nach oben ziehen. Erst dann kann man das Lenkstänge hochklappen. Hier muss aber darauf geachtet werden, dass die Lenkstange einrastet. Bevor man losfährt, also bitte noch einmal vorher prüfen, ob die Stange wirklich eingerastet ist. Das Trittbrett ist großzügig dimensioniert und macht eine stabilen Eindruck. Außerdem ist es mit einer rauen Oberfläche versehen. Dies erinnert mich stark an grobkörnigen Schmirgelpapier. Das Trittbrett bietet somit einen rutschfesten Halt sogar bei Nässe. Die Handgriffe bestehen aus Silikon und sind ebenfalls rutschfest, selbst bei Regen. Der Fascoil Scooter hat keine herkömmliche Lenkung, wie man sie von zweirädrigen Scootern kennt, sondern der Roller wird durch Gewichtsverlagerung gelenkt, ähnlich wie bei einem Skateboard. Alternativ kann man aber das Haltegestänge auch zum Lenken nutzen, indem man die Stange entsprechend der Richtung nach links oder rechts drückt. Das Lenken des Scooters erfordert am Anfang zwar etwas Übung, aber man hat auch den Dreh recht schnell raus. Selbst meine fünfjährige Tochter hat den Roller gleich ausprobiert. Ein echtes Highlight, was man nicht sofort sieht, bieten die Vorderräder, denn diese haben LEDs verbaut, was natürlich extrem cool aussieht und ein echter Hingucker ist. Die Stromversorgung der LEDs erfolgt offensichtlich durch einen Art Dynamo, denn eine Batterie wird zum Betrieb der LEDs nicht benötigt. Die Lenkerhöhe kann man in vier Stufen einstellen, wobei die erste Stufe nur durch die Drehmanschette festgestellt werden kann. Stufe zwei bis vier wird dann noch zusätzlich durch einen kleinen federgelagerten Druckknopf festgestellt. Die Drehmanschette muss aber in jedem Fall immer festgedreht werden. Der Scooter kann bis zu 75 Kilo belastet werden und es wird ein Alter von 7 bis 15 Jahren empfohlen. Die Körpergröße sollte dabei zwischen 1,20 Meter und 1,80 Meter liegen. Der Roller selbst hat ein Eigengewicht von vier Kilogramm. Meine Tochter ist zwar erst fünf Jahre, allerdings misst sie bereits 1,20 Meter und sie ist von dem Scooter sehr begeistert. Natürlich tragen die verbauten LEDs ein Großteil dazu bei. Auch mein Sohn, der bereits acht Jahre ist und selbst die Mama, finden diesen Fast-Cold Scooter sehr, sehr cool. Er macht auch richtig Spaß und man hat den Dreh wirklich schnell raus. Im Dunkeln kommen die LEDs erst richtig zur Geltung. Leider kommt das in dem Video nicht so gut rüber. Ach ja, übrigens, der Fast-Cold Scooter ist sogar TÜV-zertifiziert, was so noch etwas mehr Sicherheit vermittelt. Alles in allem macht der Fast-Cold Scooter eine wirklich sehr gute Figur und ist für groß und klein bestens geeignet. Das Gerät ist wirklich sehr gut verarbeitet und kann auch haptisch überzeugen. Der Scooter wird komplett montiert, geliefert und man kann sofort loslegen. Das Tragen eines Helmes ist in jedem Fall empfehlenswert. Arm- und Knieschützer würde ich ebenfalls empfehlen. Kinder bitte nicht unbeaufsichtig mit dem Scooter spielen lassen. Dies wird auch so vom Hersteller empfohlen. Bis auf den anfänglich chemischen Geruch kann ich nichts Nachteiliges an diesem Scooter finden, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wegen dem chemischen Geruch würde ich einen halben Stern abziehen und möchte somit dem Fast-Cold Kinder Scooter 4,5 Sterne geben. Da man nur ganze Sterne vergeben kann auf Amazon, runde ich das Ganze auf 5 Sterne auf. Für rund 69 Euro zum Zeitpunkt der Rezension bekommt man hier wirklich sehr gute Qualität, die auch noch TÜV-zertifiziert ist. Ich kann diesen Scooter aus jetziger Sicht und zum jetzigen Zeitpunkt in jedem Fall empfehlen. Wer also eine kleine Spaßmaschine sucht, die auch noch optische Highlights bietet, der sollte sich den Fast-Cold Scooter mal etwas genauer anschauen. So meine Freunde, das soll es nun gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie dann natürlich zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bye-bye, winke, winke. Hier war euer Sanfikol mit der Rezension zum Fast-Cold Kinder- und Jugend- Tschaui, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.